Zahlen. Von wie vielen reden wir, wenn wir vom Thema Umweltmigration oder umweltbedingte Vertreibung, Flucht etc. reden oder wenn davon geredet wird? Wissenschaftler beschäftigen sich schon seit den 1980er, 90er Jahren mit dem Thema, inwieweit kann oder wird möglicherweise Umweltveränderung, vor allem auch der Klimawandel, zu mehr Migration oder Vertreibung führen. Und über die Jahre ist eine ganze Reihe von Studien erschienen, die mit unterschiedlichsten Zahlen ins Felde gezogen ist. Da haben wir mal 10 Millionen, da haben wir mal 25 Millionen, 25 Millionen nochmal genannt, 50 Millionen, berühmte Studie von Meyers aus dem Jahre 2002. Aber dann geht es auch hoch mit 200 bis 250 Millionen. Diese Zahl taucht relativ häufig auf. 300 Millionen, 143 Millionen, eine Studie von der Weltbank aus dem letzten Jahr. So wie es auch eine ganze Bandbreite von Begriffen und Definitionen gibt, gibt es also auch eine ganze Bandbreite von Schätzungen und Zahlen, die hier im Raum stehen, wenn wir über das Thema Umweltwandel und Migration oder Klimawandel und Migration sprechen. Letzter Auswuchs, kann man fast schon sagen, ist aus dem letzten Jahr eine Studie, die für das Jahr 2050 sogar eine Milliarde Umweltvertriebene nennt. Wir schauen uns gleich mal näher an, wo denn solche Zahlen herkommen und was dahinter steht. Wie kommen wir zu solchen Zahlen? Nehmen wir als Beispiele drei Studien. Einmal die eine Milliarde aus dem letzten Jahr, eine Studie vom Institute for Economics and Peace aus Australien. Einmal die Schätzung von 200 Millionen Klimaflüchtlingen bis 2050, eine Studie von Norman Meyers aus dem Jahr 2002. Und einmal die Zahlen von 25 bis 143 Millionen Binnenmigranten durch den Klimawandel, eine Studie der Weltbank aus dem Jahre 2018. Wie werden diese Zahlen ermittelt? Nun, die Kollegen vom Institute for Economics and Peace haben tatsächlich einfach ganz simpel die jährlichen Zahlen von Neu-Umweltvertriebenen aufaddiert von 2008 bis 2019 und das dann lineal fortgeschrieben bis 2050 und kommt dazu auf eine Milliarde Klimaflüchtlinge. Der Norman Meyers hat im Prinzip ähnlich gearbeitet. Der hat sich Klima- und Umweltvertreibungen aktuell, also damals aktuell, von 1980 bis 1995 angeschaut, ist da auf etwa 25 Millionen gekommen und hat das dann mit Bevölkerungswachstum und abgeschätzten Auswirkungen des Klimawandels extrapoliert in die Zukunft und kam auf etwa 200 Millionen Klimaflüchtlinge bis 2050. Die Studie der Weltbank ist da schon sehr viel genauer und robuster rangegangen. Die haben tatsächlich ein Modell erarbeitet, in dem sie die Bevölkerungsverteilung in Abhängigkeit von bisherigen Migrationsbewegungen, aber auch von klimabedingten Einflüssen, Wasserverfügbarkeit und landwirtschaftlicher Produktivität berechnet haben und vor allem das auf Binnenmigration bezogen haben, was Sinn macht, weil die meiste umweltbedingte Vertreibung innerhalb von Ländern stattfindet. Wie verlässlich sind also diese Zahlen am Ende? Nun, die bis zu einer Milliarde Klimaflüchtlinge ist eine vollkommen unhaltbare Aufsummierung der jährlich Neuvertriebenen methodisch absolut unhaltbar. Die Schätzung von Norman Meyers ist eine Extrapolation von groben Schätzungen. Da könnte man sagen, das könnte sein, dass das Eintritt, aber da ist wenig methodische Tiefe drin. Die Modellierung der Weltbank ist schon relativ seriös und gut ausgearbeitet, aber da sind noch viele Unbekannte in diesem Modell drin. Da arbeiten Wissenschaftler in mehreren Projekten an Aktualisierungen und es wird im Jahr 2021 wahrscheinlich, vielleicht auch 2022 eine Aktualisierung dieser Weltbankstudie mit wahrscheinlich besseren oder besser begründeten Zahlen und Modellen erscheinen. Also was können wir über Zahlen sagen, die wir immer wieder hören? In den Medien tauchen Zahlen auf üblicherweise zwischen 50 Millionen und 200 Millionen. Seit dem Erscheinen dieser Studie im letzten Jahr tatsächlich auch eine Milliarde Klimaflüchtlinge bis 2050. Die sind tatsächlich nicht zuverlässig. Meistens sind das sogenannte Guestimates, das ist ein Zusammenzug im Englischen zwischen Raten und Schätzen, also geratene Schätzungen. Die beruhen oft auf sehr groben Verallgemeinerungen und Annahmen und wirklich oft vollkommen unzureichenden methodischen Ansätzen. Häufig tauchen diese Zahlen auch auf in sogenannter grauer Literatur, Berichten von Organisationen oder Publikationen, die nicht wissenschaftlich gegengeprüft sind. Selten sind da bisher Sozialwissenschaftler involviert. Wir haben gesehen, Migration als solches ist schon ein sehr komplexes Thema. Es ist sinnvoll, dass sich tatsächlich auch Leute, die sich mit Migration beschäftigen und auskennen, in diesen Studien mitarbeiten. Und wir haben gesehen, es gibt unklare Definitionen und keine besonders gute Datenbasis. Was man nicht klar definiert, kann man auch nicht klar zählen und messen. Das macht es nicht leichter, hier zu guten Zahlen und Schätzungen zu kommen. Also es gibt keine wirklich guten, verlässlichen Schätzungen für die Zukunft. Aktuell wird das Thema relativ gut und stark beforscht. Wie gesagt, die Weltbank sitzt da dran. Zwei, drei andere große internationale Forschungsverbünde arbeiten an diesem Thema. Da sind also in nächster Zukunft möglicherweise auch Verbesserungen dieser Aussagen zu erwarten. Zwei, drei andereもの demokratisch. Vielen Dank.